Hey, Dino, geh mal bei dir was aufnehmen im Studio. Hey, geh mal, Bruder. Hey, schau, Mirko ist da. Hey, Mirko, Bruder, was machst du, Ella? Mach nichts, lass mich in Ruhe. Wieso, was war los? Ich will nicht drüber reden. Was war, Ella? Komm, Ella. Ich hab mich mit einer aus dem Internet getroffen, weißt du? Und was war, Ella? Naja, was soll ich sagen? Ich stieg aus, aus der Straßenbahn. Ich ging zum Treffpunkt bei Leipziger Platz. Ich saß mich hin auf die Sandlerbahn. Und auf einmal, da kam so ein Gestalt. Ich drehe mich um und sie stand vor mir. Sie hat gerochen, so wie ein Stinktier. Ihr fetter Arsch war so groß wie eine Wand. Sie hatte Eiland und Kebab in der Hand. Oh mein Gott, was platziert bloß hier? Wieso passiert so ein Scheiß immer bloß nur mir? Ihre Beine waren wie zwei Bäume. Oh, mit Haar und Fickel und Fiberseck. Ihre Zähne waren so grün wie Spinach. Und dazwischen hat ein Wurst gesteckt. Sie sagte zu mir, ich soll sie umarmen. Für ihren Bauch waren meine Hände viel zu kurz. Sie beugte sich zu mir, um mich zu küssen. Und auf einmal, da kam so ein Wurst gesteckt. Und auf einmal, da kam so ein Wurst gesteckt. Und auf einmal, da kam so ein Wurst gesteckt. Ihre Beine waren wie zwei Bäume. Oh, mit Haar und Fickel und Fiberseck. Ihre Zähne waren so grün wie Spinach. Und dazwischen hat ein Wurst gesteckt. Sie sagte zu mir, ich soll sie umarmen. Für ihren Bauch sind meine Hände viel zu kurz. Sie beugte sich zu mir, um mich zu küssen. Und auf einmal, da kam so ein Wurst. Und auf einmal, da kam so ein Wurst. Und auf einmal, da kam so ein Wurst. Vielen Dank.